Die nächste Frage ist, ist es erlaubt, Fußball zu spielen? Fußball spielen an sich ist natürlich erlaubt. Es ist mühbar. Man darf Fußball spielen. Da gibt es aber auch manche Sachen, auf die man aufpassen muss. Wenn man das nicht machen kann, dann ist es wiederum nicht erlaubt. Was sind diese Sachen, auf die man aufpassen muss? Erstens, man muss auf jeden Fall seinen Scharmbereich bedecken. Also wenn die Shirts, die man anzieht, kürzer sind und über den Kniescheiben ist, dann ist es nicht erlaubt. Man darf nicht in eine gemeinsame Dusche, dann ist es auch nicht erlaubt. Wenn es eine Pflicht ist, in einer gemeinsamen Dusche zu duschen, dann ist es auch nicht erlaubt. Und drittens, wenn man sich nicht zurückhalten kann. Also wenn man emotional sehr stark ist und wenn irgendwas mal passiert und man sofort anfängt zu beleidigen, beschimpfen oder verfluchen, dann sollte man es auch lieber lassen, nicht Fußball zu spielen. Ansonsten ist es natürlich erlaubt, Fußball zu spielen. Allahu A'la wa a'lam.